Ich habe damals meinen Bachelor bei HP dual gemacht und HP bietet eine Reihe von dualen Masterstudiengängen an und damals war das quasi ein ganz neuer, der dazu kam und es war auch der bisher technischste und da ich im Bachelor angewandte Informatik gemacht hatte, wollte ich auch weiter technisch studieren und habe mich dann dafür entschieden. Es war ein sehr positives Studium. Ich hatte das Gefühl, dass durch diese Kooperation aus den zwei Hochschulen und der Universität Stuttgart da sehr viele verschiedene Kompetenzen reinkamen und sehr relevante und innovative Technologien besprochen wurden. Also das Studium hat meine Erwartungen sehr erfüllt. Ich habe einen Teilzeitjob angenommen bei HP 60 Prozent und promoviere jetzt 40 Prozent hier am Hermann-Hollerried-Zentrum. Also die akademische Laufbahn geht noch ein bisschen weiter.